Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Diesmal ein etwas anderes Video, weil in diesem Video will ich einfach nur Danke sagen. Ich habe diesen Kanal am Anfang des Jahres aufgemacht, weil ich einfach Bock hatte, auch mit YouTube anzufangen. Es sind tatsächlich 37 Abonnenten dieses Jahr geworden. Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Eigentlich hätte ich gedacht, mich will sowieso keiner sehen. Aber ich wollte euch eigentlich mit diesem Kanal mein Hobby bei näher bringen. Freizeitpark, Achterbahn, Kirmes. Das war der Kirmes, hat sich dieses Jahr dann irgendwie erledigt wegen Corona. Hoffen wir einfach gemeinsam auf ein besseres Jahr 2021. Hoffen wir einfach darauf, dass wir die Freizeitpark pünktlich öffnen dürfen. Und hoffen wir einfach darauf, dass dieser ganze Corona-Wahnsinn endlich irgendwann vorbei ist. Im Grunde möchte ich euch nur sagen, kommt alle gut ins neue Jahr 2021. Habt fröhliche Weihnachten. Egal in welcher Form es dieses Jahr stattfinden wird, ob wir unsere Verwandten besuchen dürfen oder nicht. Fröhliche Weihnachten. Ein gesundes neues Jahr. Und wir sehen uns spätestens nächstes Jahr wieder. Haut rein! Ciao! Wir wünschen euch ein Merry Christmas! 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 Und ein Happy New Year! Wir wünschen euch ein Merry Christmas! Wir wünschen euch ein Merry Christmas! Wir wünschen euch ein Merry Christmas! Bis zum nächsten Mal.